Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Der Strom kommt aus der Steckdose, das Essen kommt aus dem Supermarkt und bis Ladenschluss gefälligst die komplette Palette an Lebensmitteln. Man will ja schließlich auch eine Auswahl haben. Und das Ganze möglichst billig übrigens. Und dagegen steht in unserer Kirche der erste Sonntag im Oktober, nämlich Dankbarkeit statt Anspruchsdenken Erntedankfest. Ja, und mit dieser Aufforderung zum Erntedankfest möchten wir Sie und euch ganz herzlich begrüßen mit der aktuellen Oktoberausgabe unserer Gottesdienstreie und ob ich schon wanderte im Digital. Passend dazu auch die folgende Lesung. Ich zitiere aus Lukas 12. Kapitel. Jesus sprach zum Volk, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will sammeln darin all mein Korn und all meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du dir angehäuft hast. Und so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Wir antworten auf das Evangelium, in dem wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinnabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Frühjahr hatte er glücklicherweise etwas kühler und nasser begonnen. Hitzeperioden gab es aber trotzdem. Und die zunehmende Trockenheit und Dürre wird dazu nach wie vor ein Thema bleiben. Und das bahnt sich ja schon viele Jahre an. Und eben schon vor vielen Jahren wurde ich, ich erinnere mich, in einer Nachrichtensendung daran erinnert, da wurde nämlich ein Wirtschaftsmensch gefragt. Es war nämlich genau in diesem sehr trockenen Jahr 2003, mancher erinnert sich vielleicht noch, und da wurde dieser Wirtschaftsmensch zu einer Nachrichtensendung gefragt, mit der Trockenheit und Getreideausfällen, Ja, die Verbraucher müssen doch jetzt ganz sicher damit rechnen, dass Brot und Semmeln, überhaupt Backwaren, extrem teuer werden. Wissen Sie, so war die Antwort damals, wissen Sie, da brauchen Sie sich keine allzu großen Sorgen machen, das Mehl ist ohnehin das Billigste am Brot. So ganz neu war mir übrigens diese Erkenntnis nicht, da ich eine Bäckerei in der Verwandtschaft habe, wurde mir eben auch damals vor vielen Jahren schon die folgende Rechnung aufgestellt. Nehmen wir zum Beispiel eine Semmel, das Teure dran an dieser Semmel, das sind die Personalkosten, das ist das Heizöl für den Backofen, das ist der Kraftstrom für die Maschinen und für die Froster, der Fuhrpark zum Ausfahren der Backwaren, und was natürlich auch noch Geld kostet, ist der Kundendienst, der extra ankommen muss, die Handwerker, wenn wieder eine Maschine oder der Ofen verrückt spielt, und natürlich überhaupt die Reparatur und die Neuanschaffungskosten. Aber das Mehl, das in dieser Semmel drin ist, das ist zwar der Hauptbestandteil, aber von den Kosten her kannst du das fast vernachlässigen, das fällt zumindest nicht so ins Gewicht, so wurde mir schon damals gesagt. Dürreperioden und Ernteausfälle haben zwar seit dieser Rechnung zugenommen, aber ich denke, so viel anders ist die Aufstellung heute nicht. Das Mehl, das Billigste an der Semmel, was aber, wenn es fehlt? Dann hilft auch die größte Backstube, dann hilft auch der modernste Maschinenpaar gar nichts, gar nicht so unwichtig eigentlich, unser Erntedankfest. Übrigens fast wie im ganz normalen Leben. Und gerade im Rückblick auf eineinhalb Jahre Corona, das scheinbar Billigste ist oft genau das Wertvollste und das Wichtigste. Manches, was so billig erscheint im Leben, ist im Endeffekt doch so wertvoll und so wichtig. Ich denke da zum Beispiel und vor allem an unsere Gesundheit. Bis vor einiger Zeit ja nicht mehr als recht und billig. Pandemiebedingt wissen wir ihren Wert, hoffentlich etwas besser zu schätzen. Eltern und Familie ist doch nicht mehr als recht und billig, dass mich meine Eltern versorgt haben. Die haben ja Kinder gewollt oder zumindest nicht erfolgreich verhindert, dass sie welche bekommen. Dann? Ja dann, wenn ich mich plötzlich von einem Elternteil, von einem nahestehenden Menschen für immer verabschieden muss, dann bleibt jedes versäumte Wort ungesagt. Was nicht mehr als recht und billig war, das erweist sich im Nachhinein als doch so wertvoll. In die gleiche Rubrik, denke ich, gehört auch unser christlicher Glaube. Ihr mit eurem Bibel sprechen. Billiger Trost, so wird uns ja oft vorgeworfen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wirklich nur billige Vertröstung. Ich habe Folgendes mehr als einmal erlebt. Menschen, schwerst krank oder gar im Sterben liegend, kennen Angehörige nicht mehr, wissen gar nicht mehr, wo sie so richtig sind und können fast gar nicht mehr reden. Und dann genau diese scheinbar so billigen christlichen Sprüche oder Gesangbuchverse, die sind es, die Stütze und Kraft geben. Und einige Male ist es mir sogar passiert, dass, ich möchte sagen, regungslose Sterbende solche Texte ganz plötzlich mitgesprochen haben, wie zum Beispiel das Vaterunser oder den 23. Psalm. Zumindest hat vermutlich noch niemand auf seinem Sterbebett gesagt, ach Mensch, hätte ich doch mehr Zeit im Büro verbracht, ach hätte ich doch noch mehr Gremien besucht, ach hätte ich doch mehr Formulare und Akten gewälzt. Ja, aber es hatte ja schon die Corona-Erfahrung gereicht, um zu spüren, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu lieben Menschen, die scheinbar so banalen Dinge, werden plötzlich sehr, sehr wichtig. Darum nach wie vor ein wichtiges und bedeutendes Fest an Sie Dank. Und Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens, wie es Phil Bosmans einmal so schön formuliert hat. Und vielleicht kann uns Erntedank alle daran erinnern, das scheinbar Billigste im Leben ist oft genau das Wertvollste. Und dazu gehören auch Glaube, Liebe und Hoffnung. Amen. Auch heute ein Gebet am Schluss dieses Gottesdienstes mit stillem Gebet und Vaterunser, bei dem ich Sie wieder einlade, mitzusprechen oder mitzudenken. Herr unser Gott, jeden Augenblick unseres Lebens dürfen wir in Deinen Händen geborgen wissen. Keine Strecke unseres Lebens müssen wir alleine gehen. Wir danken Dir für alle Dinge, die unser Leben ausmachen und bereichern. Dinge, die manchmal gar nicht so geschätzt werden, obwohl sie doch so wichtig sind. Wir danken Dir für die Menschen, die Du uns an die Seite stellst. Wir danken Dir auch für unsere Zeit. Hilf, dass wir sie dankbar nutzen, unserem Nächsten zur Hilfe und Dir zur Ehre. Lass unsere Zeit erfüllt sein von Deinem Segen und erhöre in diesem Sinne auch unser ganz persönliches Gebet jetzt in der Stille. Deinem Segen Wir beten mit den Worten Jesu Christi Vaterunser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Gott, der Herr, er segne und behüte Dich. Es sei mit Dir beim Anbruch eines jeden Morgens, wenn Du dem entgegenblickst, was der kommende Tag Dir abverlangt und was er Dir schenken will. Der Herr, lass es sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Es sei mit Dir in allem, was Du tust, damit Deine Arbeit fruchtbar sei und durch Dein Wirken hindurch etwas spürbar wird von seiner Liebe. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf Dich. Es sei mit Dir in den Stunden Deiner Muse, damit Du Ruhe und Frieden findest in Dir selbst und Dir neue Kräfte zuwachsen für Dein Tun. Gott, der Herr, gebe Dir seinen Frieden. Es sei mit Dir, wenn die Nacht anbricht, damit Du dankbar zurückschauen kannst auf die Last und die Freude des vergangenen Tages und gewiss sein kannst, dass nichts vergeblich war. So segne und behüte Dich, der Allmächtige, und der barmherzige Gott. Amen. Da ist guter Rat teuer. Sie alle kennen diesen Spruch. Aber manchmal ist gerade der scheinbar so billige Trost unseres Glaubens der allerbeste Rat. Gutes muss in dem Fall wirklich nicht teuer sein. Aber es muss eben von Herzen kommen. Und außerdem bleibt uns die Zuversicht, Gott weiß, was gut für uns ist. Das entsprechende Lied, Gott knows, heute als Version aus dem Pfarrgarten, da haben wir es damals aufgenommen, am vorletzten Pfingstfest. Und so Gott will, so Sie wollen, und es in unserer Macht steht, blicken wir in unserer nächsten Ausgabe, der November-Ausgabe, bereits wieder auf das Ende des Kirchenjahres. Und bis dahin geleite uns Gottes guter Segen. In this world, there's a lot of war and other pain. In this world, there's a lot of things we can explain. Only God knows how we can survive. Only God knows why we are alive. Jesus knows what we're fighting for, to come to God, to reach His door. So pray to Him and love Him more. Heaven is waiting, see the door.